Moin Moin meine lieben Moltaschen und willkommen zurück auf meinen Kanal. Ja, das wird hier kurz ein kleines Entschuldigungs- aber auch Infovideo. Ich habe ja am Sonntag gesagt, dass wir uns ja auch noch die Beweilung angucken wollen zu der kleinen Bonusrunde auf Jays Zweitkanal, das habe ich bis heute nicht gemacht, weil ich eigentlich dachte, dass es mir zeitlich reicht, aber demnach ist nicht so, weil ich diese Woche auch Prüfungen habe, heute habe ich meine erste Prüfung geschrieben und morgen und übermorgen habe ich auch noch Prüfung, Freitag muss ich dann noch arbeiten gehen, das heißt, da würde ich, also ich bin ein großes Sorry dafür, dass bis jetzt nichts gekommen ist, das heißt, ich würde dann Freitagabend höchstwahrscheinlich eher nicht, das heißt, würde ich dann am Samstag morgen, dann einfach wahrscheinlich morgen, so oder so, je nachdem, dann die Bewertung mit euch zusammen angucken und ja, genau. Ja, das war es dann auch schon von meiner Seite aus, dann wünsche ich euch noch einen restlichen schönen Abend und dann bis Samstag. Ciao! Bis zum nächsten Mal. Dinin